Servus, liebe FCA-Fanzierster Marco. Da ihr euch jetzt gerade wahrscheinlich daheim befindet, möchte ich euch meine drei Lieblingsübungen von unserem Stabil-Programm zeigen. Seid gespannt! Die erste Übung ist für die Bauchmuskulatur. Ihr könnt natürlich so viele Wiederholungen machen, wie ihr wollt oder könnt. Die zweite Übung kennt jeder von euch, die ganz normale Liegestoße. Übung Nummer drei sind die klassischen Auswahlschritte. Aber lieget wieder, wie ihr wollt, ihr könnt mit oder ohne Gewicht machen. Viel Spaß beim Drainieren und denkt immer dran, bleibt gesund und bleibt fit, euer Marco.